Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben jetzt den 08.07.2022, knapp vor 17 Uhr und wollen jetzt das Gewinnspiel hier von Blackford einmal auslosen. Also viel Spaß bei diesem Video und let's go! Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Ja, da sind wir nun und wir haben jetzt 16.59 Uhr am 8. Juli 2022 und wollen dann einmal aus unserem Blackford-Gewinnspiel unsere Gewinne auslosen. Ich hatte ja versprochen, um 17 Uhr beginnt die Auslosung. Ja, ich habe mal gezählt. Es sind 10 Kommentare, wovon aber wahrscheinlich nur 9 unter mir sind, weil einer es nicht wusste. Mit dem habe ich schon geschrieben. Der ist nicht unter mir. Wir wollen also jetzt einmal unseren YouTube-Link kopieren und geben den hier auf unseren Zufall-Picker ein. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde euch dann unterhalb eures Kommentars anschreiben und ihr müsst mir dann eure Blackford-ID zukommen lassen. Wo ihr die findet, zeige ich euch dann auch gleich. So, wir sind jetzt auf unserem Picker. Hier fügen wir dann einmal unseren Video-Link ein. So, es soll ein Gewinner sein. Der Name des Gewinnspiels kann ich ja gerne vergeben. Blackford. Wir haben nichts hinter dir, keine Worte. Also wollen wir einfach mal unsere Kommentare erhalten. So, und jetzt wollen wir einmal das Gewinnspiel dann auch starten. Dafür klicken wir hier drauf. Und der Gewinner ist Crypto Deluxe. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Hier wird noch ein Ersatzgewinner ermittelt. Falls Crypto Deluxe doch nicht unter mir sein sollte, wäre danach der nächste der Ersatzgewinner, der Fabian Frank. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Crypto Deluxe. Ich werde dich anschreiben und dann gucken wir mal, ob du wirklich auch mit deiner ID unter mir bist. So, jetzt gehen wir noch einmal gucken, wo wir die ID finden. Dafür gehen wir einmal auf Blackford. So, und wenn wir dann auf unserem Dashboard sind, sehen wir hier schon unsere Profil-ID. Und anhand der ID kann ich euch ausfindig machen und sehe, ob ihr unter mir seid und kann euch so euren Gutschein zukommen lassen. Also herzlichen Glückwunsch an Crypto Deluxe. Du hast einen 50 Euro Gutschein gewonnen, den ich dir dann auch zukommen lassen werde. Das soll es dann aber auch erstmal mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und vielleicht finden sich ja beim nächsten Mal auch mehr Leute, die hier Lust haben, etwas zu gewinnen, dass ich die Preise etwas höher ansetzen kann. Oder vielleicht einfach auch mehrere Gutscheine verlose, auch für andere Seiten. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao.